Und dann zu, 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 und zu, und zu, und zu, und zu, so, 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 und so, und so, und hier, und hat, und hübel, warum bleiben nicht gleich alle da? Hübel. Voll der Stress hier. Oh, da kann man runterfallen, das ist aber nicht nett. Äh, dann rupf ich das mal weg. Rupfstu. Dann rupf ich. Da. Können wir hier auch einmal hierhin machen. So. Aber so arg hoch mache ich den Turm aber nicht, gell, weil der ist ja eh kaputt. Oh, shit. Ja, kannst du ja so ab, äh, halb, äh, kaputt. Ja, ich bin dann so halb kaputtig. Raus sehen lassen. Ja. Wenn du das hinkriegst. Ja, kriege ich hin, ich bin doch eh Captain kaputt. Du bist Captain kaputt. Captain kaputt. Hast du schon deine Spezialfähigkeit kaputt machen. So sieht's aus. Boah, ich hab keine, keine scheiß Ziegel mehr. Keine scheiß Ziegel mehr. Nee. Ich aber doof. Bin ne arme Sau. Wir haben auch bald keine Kohle mehr. Keine Kohle mehr. Kohle haben wir noch genug, Alter. Wir haben bis zum Abwinken. So. Die Elf sind noch im Ofen. Ja, wir haben oben noch voll viel. Ach so. Nee, jetzt hab ich doch alles mit. Nee, hast du nicht. Nicht? Ich meine im Ofen. Und außerhalb. Und tralala. Wir haben noch genug. Hast du auch wieder recht. So. So ein bisschen Dreck können wir ja dran lassen. Ist ja ganz cool. Ist ja auch. Muss ja nicht alles hier tippitoppi machen. So schließe ich eine Ruine. Äh, das da weg. Machen wir mal wieder Treppen hin. So. 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 Die Ruin von Asgard. Ich weiß auch nicht mehr, wo Asgard liegt. Doch. Ich bin auch schon in der Nähe von Bad Wimpfingen. Zweiter Stern links. Nee, in der Nähe von Bad Wimpfingen. Ach so. Reicht? Mhm. Gehen wir mal. Kein Ding. Geschwind. Kann ich machen. Sodelé. 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 Kommt hier vielleicht ein bisschen Efeu hin? Schmier. Efeu. Schmiervoll. Ja. 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 Dann. Ich glaube da vorne wird es ein bisschen zu viel Track. Äh. Ich habe keine Schaufel. Doch. Schmiercraft. Schmiercraft. Musst Graffitis machen oder was? Ja. So und so. Dot, dot, dot. Dot, dot. Dui, dui, dat, dat. Dat, dat. Dat, dat. Dui, dui. Schuho. Schuho. Ich glaube. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Hier ist alles zugeschüttet dann. Ich glaube, ich versuche mal was. Eins höher geht's. So eine Mischung aus Dreck. Eine Mischung aus Dreck und deinem Gesicht. Pflaster und Kies. Da versuche ich doch mal was schnikes zu machen. Dreckpflaster, Kies. Was? So. So. Obwohl eigentlich ja, so. Ja, sieht jetzt irgendwie zu gewollt aus. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. So kaputt bauen ist gar nicht so einfach, ne? Ja, schon. Das ist der Fall nicht so gewollt aussehen, weißt du? Es muss irgendwie... Wie schon alles ungewollt kaputt sein. Ja. So schaut's aus. Wenn man sich hier mal London ansieht und so. London, Heathrow. Charigold. So vielleicht? Ja, die hatten's ja auch alle in 10 Minuten. Ja. Die brauchen nicht länger. So. Wobei ich ja mit meinem Ergebnis bis jetzt sehr zufrieden bin. Und zwar bei dir immer nur... Klappt nicht so, wie ich will. Alles scheiße. Ja, mit Dreck ist, glaube ich, das passt nicht, das Dreck. Ja. Das Dreck passt nicht. Dreck passt nicht. Weiter auch noch so. Äh. Aua. Äh. Äh. Die Mutter. Da muss ich einmal vom Dom runterfallen. So. Nein, die kommen nicht mehr rein. Nein, scheiße. So. 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 Weg. Ach so geht's doch, oder? Ja, so geht's doch. Nett. Können wir auch hier mal... So. Hast du noch, äh, Zäune? Was? Hast du noch Zäune? Zäune? Zäune. Zäune? Nö. Das ist aber scheiße. Und Ruine. Die wird ein Hit. Wird schon cool. Soll ich das mal abruppen? So ein Loch dahin? Zack. Ist quasi so ein bisschen kaputt gegangen. Quasi. So. Äh. So, so halb kaputt irgendwie. Und dann hat man's halt so hingefriemelt wieder neu. So. Hingefriemelt. Wo soll der friemeln, Hannes? Soll der immer noch am friemeln? Ja. Was machst du denn? Ich friemel. So. 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 Alles egal, dann geh ich mal ein paar Zäune kräften. So. Aber wobei, woi. Obwohl doch, muss ich. Ich hab Zäune. Er sagt noch, du hast keine, dann hast du welche. Ich hab vorhin welche gemacht, aber du hast gesagt, ich geh Zäune machen, du Dunkelkopf. Ja, wie viel hast du denn? 35. Oh. Was? Zu wenig. Ja, nee, geht schon. Gib mal. Also so 20 Stück. Wo bist du? Ich bin in meinem Turm. Hallo, 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 hallo. Ich bin hier oben. Zäune. Was brauchst du? Zäune. Wie viele? 20 Stück oder so. Top. Willst du noch welche? Nö, nö. Reicht. Okay. Lass mal die Mauer dann da offen von einer Seite. Würde auch gut aussehen. Können wir machen, ja. Oder halt nur so ansatzweise machen. Ich bin für alles offen hier. Oder für so ansatzweise offen. Weißt du, so zack, zack. Zack, zack. Stimmt mich auch. Zack. Zack, so. Zäune. Hier. Zäune. Hier. So. 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 Alles hier. Ganz, ganz kreative Arbeit, was wir hier leisten. Das ist... Da können wir nicht so viel reden. Das ist halt mal kurz... Nee, wir müssen uns da voll konzentrieren. Da muss man auch mal kurz die Fresse halten können. Und sich auf das Arbeiten konzentrieren. Und wo ist meine Schaufel? Ich werde die Scheiß aus dem Hirn herausschaufeln. Oh, Canada. Glory of the North. Da geht ein Herz auf. Da machst du richtig ein... Ja, weil die auch Angst im Dunkeln haben. Wer hat Angst im Dunkeln? Die Kanadier. Ja, sowieso. Ist ja fucked. Äh... Bisschen weg. So. Das ist natürlich hier so ein bisschen zugeschüttet. Ist ja klar. Obwohl am Eingang hier direkt... So ist scheiße. Ja, so. So. Da können wir... Ja, das könnte man eigentlich wegmachen. So, ein bisschen weg. Ne? Ich muss mir mein Wunderwerk erstmal hier anschauen, was ich hier gebaut habe. Ich weiß gar nicht, wie es von außen aussieht. Zack. Zack. Was cool ist oder eher schwul oder... Ob es übel metrosexuell geworden ist. Was sieht es denn mal von oben so schlecht? Äh. Oh, das sieht schon cool aus. Also, ich lass mich hier nicht lumpen. Nicht? Mm-mm. Warum nicht? Ah, da muss ich noch was machen. Hast du noch mehr Zäune? Oh, das geht's. Ich mach mir jetzt selber Zäune. Kein Ding. Soll ich auch mal gucken? Ich mach hier gerade den Durchgang so ein bisschen. So. Dann wäre die eine Seite hier so ein bisschen offen. Das ist ganz nett. Das wird ein Hit. Also, von hier unten sieht's hier schon mal, äh... Ah. Was mach ich denn? Ich springe in den komischen Graben da, Alter. Aber ich gedacht hab, da geht der Skrappel nach unten. Hast du meinen Boden schon angeguckt, den neuen? Ne, leider noch nicht. Der ist voll cool. Kann ich gleich machen, mein Freund. Erstmal nochmal hier so ein bisschen... creative werden. Äh, ich wollte ein Zeug von vorne angucken, ja. Aber wart noch. Oh, da ist Kohle. Da ist Kohle gespawnt. Noch nicht gucken. Ich muss gesagt, ich soll's angucken. Von vorne. Noch nicht. Okay. Bin noch nicht so weit. Schneerstich. Ja, noch... So ein bisschen schäme ich mich noch. Okay. Wo geht's denn hier rein, Alter? Äh, ich... Hä? Setzlos nimmst du mich in den Rogen, oder? Du hast schon so zugewachsen, das Ganze, dass ich nicht mehr weiß, wo's reingeht. Hä, 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 hä. So muss das sein. Ja, richtig. Nicht hier, nur. Ein Schluck aus meinem heiligen Wasser. Ist das wirklich heilig? Das ist der rote Trank, mit dem man seine Herzchen auffüllen kann. Seine Kloherzchen. Was? Ne, ich hab Kloenten. Als wäre ich jetzt ein RPG-Spiel oder so ein Adventure, würde bei mir statt Herzen würden da einfach Enten erscheinen. Boah, jetzt kannst du gucken, komm. Jetzt kann ich gucken, von vorne. Jetzt kannst du gucken, Alter. Jetzt bin ich... Jetzt bist du... Jetzt bin ich stolz. Jetzt bist du stolz. Stolz wie Oskar. Stolz wie Oskar. Okay, ich gucke. Ich musste hierher kommen, dann siehst du das Ganze. Ja, ich... Ich bin doch alt. Ich muss... Das ist ganz linke. Mhm. Nett. Cool. Schön, oder? Ja, komm. Aber es sieht nicht aus wie ein Turm. Es sieht aus, als wär's da dran. Ja, ist jetzt auch nicht... Würde ich es noch ein Stückchen höher machen. Ja, ist jetzt auch nicht so schlimm. Mal baue ich halt rechts einen Turm hin. Du kannst ja noch mal ein bisschen hochgehen. Also jetzt nicht abruppen, sondern ein bisschen höher noch und dann kannst du ja wieder So hinter noch ein bisschen höher. Einfach nach hoch. Ja, stimmt. Ich könnte nach hinten noch. Hinten kannst du zum Beispiel, dass es so schräg abgerissen ist. Weißt du? Das hast du eine gute Idee. Danke, Herr Zero. Alter, das wird schon Koloss. Alter, das sieht ja jetzt schon alt. Das ist jetzt schon größer als unser Haus. Also von der Breite her. Das wird übelmächtig, das Ding. Und dann innen auch noch. Ich höre doch auf. Der Eingang ist dann noch nicht mehr gemacht. Ja, da haben wir uns was vorgenommen, ne? Das ist ja schön. Aber wir lassen ja uns doch nicht lumpen, ne? Wir machen keine halben Sachen hier. Ja, nö, nö. Das ist ja hier erstmal der Anfang hier. Wir wollen die ganze Welt aufbauen. Die ganze Minecraft-Welt machen wir einfach voll. Einfach neu. Bis nichts mehr kommt. Bis die Festplatte voll ist. Bis wir so viele Folgen haben, dass wir uns eine neue Festplatte kaufen müssen. Da, 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 da. Nicht in den Eingang rein. Nicht hier. Ich will nach oben. Habe ich schon wieder keine Steine mehr. Verdammte Scheiße. Seit Markus hier den Scheiß-Weg hierhin gebaut hat, kann ich nicht mal nach oben. Muss ich immer den anderen Weg nach oben nehmen. Döp, döp, döp. Und ich wollte jetzt endlich mal die Dweppe bauen. Ich glaube, ich muss mir eine Leiter an den Turm schrauben. Das wäre eigentlich viel einfacher. Ja, mach doch. Sieht nicht mal doof aus. Du brauchst einen Schraubendreher. Nee, Dübel. Und Spax. Sieht aber eigentlich auch cool aus, wenn man sie einfach offen lässt, oder? Wenn man zum Beispiel... Wenn man zum Beispiel... Jawohl, da sollte man das Dreck, da ist ein Dreck. So. So, so. Na, komm. Das da. So. Ja. So, jetzt kann ich mal wieder ein bisschen basteln. Ich wollte mir noch Leitern machen, Scheiße. So, so. So. So, so. So, so. Nee. Ich hab eine weg. So. Riechen sie. Guck mal. So, und jetzt ist die Frage... Zäune brauch ich auch noch mehr. Jetzt ist... Aber die Idee mit den Zäunen war geil. Das war geil. Also ich bin da voll stolz auf mich. Da ist so richtig einer abgegangen. Mehr als nur einer. Ist ja pervers. Meine ganze Hose ist verschmiert. Ist ja pervers. Na, das war jetzt falsch. So. 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 Nee. Nee, 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 nee. Jawohl. Doch. Nett. Jetzt wird es hier schon wieder dunkel. Dann kann ich hier so weg. Weg. Was? Wie wir beide hier am Bauen sind. Hier. Und. Da hin. So hier. Das mit dem. Und der mit das. Ja. Und hier. Und tralala. Deine Schwester mit deiner Mutter. Und deine Mutter mit deinem Croissant. Und hier. Und hö. Und hot. Und tralala. Jetzt muss ich aber doch noch eins nach hinten. Und dann muss ich das an der anderen Seite genauso machen. Ja. Dann wird es nicht. Dann wird es nicht. Guck. Jetzt machst du schon aus deiner eigenen Urine. Urine. Schon wieder. Du hast das mit dem Wort. Das ist nicht so deins. Mach mir so. So. Mit deiner Urine. Ja. So. Äh. Zack. Zack. Die Masche. Zack. Nee, nee, nee. So vielleicht. Und. Zack. Nein. Ich hasse die Treppen. Wenn man es ja falsch hinhakt. Hakt. Dings. Nee. Nee. Stehst du, was ich meine? Ich schmeck's voll und ganz. Ich schmeck's das. Ich schmeck's auch schon. Da leg dich, du. Das sieht geil aus jetzt. Alter, jetzt sieht's geil aus. Alter, alter. Ich muss nochmal von vorne gucken. Nochmal. Ich muss das hier kurz abruppen. Aber wo ich hier unten muss. Ja, ich muss an den Boden machen. Einen Moment. Machen wir hier so. Da ist es so. Ich mach auch grad so und so. Und so und hi und hot und überhaupt. Machst du das? Gerade? Mach übel so und so und hi und hot. Ja. Stopp. Von unten. Von unten. So. Jetzt. Von unten. So. Sieht doch irgendwie ein bisschen zu gewalt aus. So. Jetzt nicht mehr. Ein Block verändert alles. Manchmal schon, ja. So. Äh. Boah. Was? Boah, das wär hier grad voll runter gesegelt fast. Warum bist du das nicht? Weil ich grad noch schnell die Shift-Taste gedrückt hab. So. Jetzt sieht es nämlich aus, als wär da mal so ein Gang weiter gewesen. Aber ist es jetzt nicht mehr, weil kaputt. Warum kaputt? Siehst du das eigentlich schon, was ich da gemacht hab? Nee, ich seh's noch nicht. Jetzt komm ich nur an beiden Seiten nicht mehr runter. Das ist ja zum Kotzen. Das Problem hab ich hier auch mit meinem Turm. Wenn ich hier runter raube, dann tut's mir... Ah, hier komm ich ja runter. Das ist ja kein Problem. Das Problem hab ich mit meinem Turm hier auch. Also. Ja, ich komm noch. Fackeln. Warum? Ich muss mich hier immer runter plumpsen lassen. Irgendwann krieg ich nochmal einen Schaden. Irgendwann hab ich davon nochmal einen Schaden oder so. Schweres Schädel Hirntraum. Da war noch eine Fackel hin. Jupp. Ups. So. Markus. Mach schon weiter. Oh, schön. Ah, jetzt sieht's, ah, jetzt sieht's schön aus. Also kaputt. Besser als davor. Kannst noch... Links kannst du noch weiter hoch. Ah, du machst du gerade noch. Jaja, ich mach doch hier, steh ich ja gerade. Also sieht schon 10.000 Mal besser als davor, muss ich. Ja, sieht schon gut aus, ne? Kannst du ja mal von vorne gucken, wenn du willst. Nee, ich muss ja erst alles, äh, richtig. Oh, Alter, wie, wat? Oh, Alter, Alter. Bist du selbst von uns begeistert, oder wie? Alter, das ist voll cool. Ja, ich hab ne Ruine nie gemacht. Ich bin jetzt voll begeistert davon. Ja, ich auch. Ich muss noch mal von Weitem, ich muss noch mal von der Leiter gucken, das ist nämlich so amazing. So amazing. Das ist fast so, als wenn eine Snake weitet, hä? Ja, derbe. So? Alter. 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 Ich heul gleich. Du, sentimental. Wir sind so gut. Jetzt will ich das Arschloch. Hier kannst du bitte noch Zäune mitbringen. Ups. Äh, ich hab zwölf. Obwohl, nee, ich hab noch, ich hab mich verguckt, Entschuldigung. Zäune könnte ich nur höchstens kräften. Ich hab noch, glaub ich, Eichel oder so. Eichel? Mhm. Mhm. Äh, zack. Ah, die hab ich auch noch, wollte ich auch noch dran kleben. So ein bisschen Eichenholz. So Stemmdinger. Was, Stemmdinger? Ja, das ist so hochsch... Ach, ja, vergiss es. Vergiss es, vergiss es. Aber ich hab, ich hab, ich hab ne Idee. Ich mach noch ein paar, äh, Zäune. Was denn, Zäune? Ach, was ist denn los, Alter? Was denn? Ich kämpfe gerade noch ein bisschen mit meinen, mit meinen Ausmaßen, weil ich dann... Ich hab das Problem, dass ich nicht mehr hier... Mit deinen Ausmaßen? Ja, ich komm da streckenweise zu den ganzen Orten nicht mehr hin. Da muss ich mir ja mal kurz hier sowas hinbauen. Hack ich nachher ab. Wieder Hacke, Peter. Das machst. So und so und so.